Musik Das war der Regionalausscheid Süd 2014 hier in Esslingen in der Aula der Hochschule und ja, es war rappelvoll. Wir hatten sieben Slammer, sechs Herren, eine Dame. Musik 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 Wir schicken zwei Leute nach Berlin. Simon und Anastasia haben verdient den ersten und den zweiten Platz gemacht. Ich freue mich auf den 6. Dezember und das große Finale. Musik 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 Musik